Ja, herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Wir gucken uns mal ein wenig um in Syrien heute. Nach einem heftigen Sturz noch etwas benommen. Oh. Leicht verletzt. Am Kopf. Klettern. Schon lange nicht mehr gemacht, was? Mal los. Oh. Fängt ja schon wieder gut an hier. Hopps. Na, halt dich fest. Geht's hier hin? Da steht was. Muss einsammeln. Oh, das kann man einsammeln. Ah ja. Ah, ja. Ah, so Collectibles gibt's also auch wieder. Da müssen wir nach Ausschau halten. Gucken, wie viel wir finden. Könnte es das wirklich sein? Oh ja. Was ist das? Blaues Licht? Ah, ihr wisst ja, wie's weitergeht. Ah, ihr wisst ja, wie's weitergeht. Ah. Dad hatte recht. Ah. Das ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift. Aber ich kann es nicht genau erkennen. Auch noch was? Drüben ist das Hauptziel. Immer da, wo diese Nadel blinkt, geht es dann weiter. Aber ich will mich erst mal ein bisschen umsehen. Oh, ich habe mein Griechisch geskillt. Ich habe mir Bilder angesehen. Verwenden sie A, um ein beliebiges Kartenobjekt mit einem Spielerwegweiser zu markieren. Spielerwegweiser werden bei Verwendung von Überlebensinstinkten in der Welt als blaue Lichtkegel angezeigt. Also so Waypoints quasi. Ah ja, okay. Das müsste jetzt hier leuchten irgendwo. Naja, ich stand ja schon drauf, glaube ich. Da war das. Alte Münzen können gegen Upgrades und Ausrüstung getauscht werden. Immer gut, ich brauche Münzen. Mal hier weiter. Okay. Hier geht es wohl weiter. Und dann? Weg damit. Wow. Ziemlich cool aus, ja. Vermutlich geht es hier irgendwo lang. Das habe ich ja eben schon gemacht. Da drüben müssen wir hin. Oh, das hört sich am Hubschrauber an. Der hat mir jetzt auch noch gefehlt. Oh, da ist er. Oh, nö. Uah. Na, na, na. Oh. Ah. Die macht immer alles kaputt, die Frau. Und da hoch. Ja. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Ah, das blaue Licht wieder anmachen. Sieht schon cool aus. Das war aber ein Billiglicht. Normal halten die doch lang. Ja. Boah, überall Skorpion. Oh, schon cool gemacht. Okay. Milde Gabe. Okay. Ein bisschen Griechisch lernen. Der Prophet ermordet durch den Trinity-Orden. Was ist das hier? Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase aus Salberias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Hm, nett, dass die Schriftrollen auch vertont sind. Ist nichts mehr großartig. Geht's weiter. Ah ja, okay. Also der Gang stinkt doch förmlich nach Falle. Ah ja, okay. Hm, ah, was ist man denn da? So, so. Das Wasser steigen lassen wahrscheinlich. Ah ja, perfekt. Das Wasser steigen lassen hier. Uh-ah. Ah ja, okay. Eher, das ist doch kein Rutsch-Path! Da ist doch kein Rutsch-Path! Ah ja! Ah ja, das ist doch kein Rutsch-Path! Ah ja! Er ist doch kein Rutsch-Path! Na, klasse! Schwimm! Boah! Unglaublich! Nice! Zur obersten Etage der Hauptgrabkammer, ja. Ich muss irgendwie weiter hoch. Vielleicht den Wasserstand erhöhen. Oh ja, okay. Müssen wir wieder den Wasserstand erhöhen. Mal hier. So, und jetzt... Ha! Stimmt da irgendwo hoch. Schaut gut aus. Ah ja, noch mehr Wasser. Uah! Da geht's wohl weiter. Ist ja irgendwo noch was. Da kommen wir was looten. Oben auch noch. Schriftrolle. Ja. 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 Der Prophet ist tot. Das schwöre ich. So, und wie es weiter geht, sehen wir nächste Folge. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!